Welcome, ladies and gentlemen. We might have a few minutes for some questions later on. If you would be so kind and ask him in English, if possible, the President Schulz will speak in German. Vielen Dank. Schüren Jaköver. Es freut mich sehr, meine Damen und Herren, Sie willkommen zu heißen, vor allen Dingen Volodymier Kreuzmann, mein Kollege. Ich spreche in Deutsch, weil das auch eine Sprache ist, die in der Europäischen Union gesprochen wird, obwohl niemand das glaubt. Ich freue mich sehr, dass wir zu dieser Konferenz des Europäischen Parlaments gemeinsam mit den Mitgliedern des Ukrainerischen Parlaments und viele Kollegen des Nationalen Parlaments zusammengekommen sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Mitgliedern, mit Mitgliedern der Fraktionen des Ukrainerischen Parlaments und mit Mitgliedern des Nationalen Parlaments und anderen Ländern. Unsere Kooperation schreibt ein Stück Parlamentsgeschichte, weil ich glaube, dass es in dieser Form, wie wir zusammenarbeiten, noch nicht gegeben hat. Ich will mich deshalb bedanken bei meinem Kollegen Größmann, aber vor allem auch bei meinem Kollegen Petkox, der sich über einen sehr langen Zeitraum jetzt schon sehr intensiv für die EU-Ukraine-Kooperation auf parlamentarischer Ebene einsetzt. Deshalb bin ich sehr dankbar für meinen Kollegen, Herrn Größmann und Herrn Petkox, der im Europäischen Parlaments schon viele Jahre alt ist. Petkox hat uns eben einen Bericht übergeben in einer ukrainischen, einer englischen Version, in der die Analyse und die Vorschläge für die bisherige und zukünftige Arbeit enthalten sind. Ich habe mich eben, und das möchte ich hier wiederholen, bei Petkox bedankt für diesen Bericht. Ich möchte, dass die in dem Bericht enthaltenen Empfehlungen umgesetzt werden. Das bedeutet aber auch, dass unsere Kooperation fortgesetzt wird. Und ich bin ausdrücklich dafür. Und ich finde es gut, wenn Petkox das weiter machen würde. Ich bin ausdrücklich, dass Herr Petkox weiterentwickelt, dass Herr Petkox weiterentwickelt wird. Drei kurze Bemerkungen. Drei kurze Bemerkungen. Die EU braucht eine stabile Ukraine. Für die Stabilisierung der Ukraine braucht die Ukraine eine solidarische EU. Das Europäische Parlament, das ist meine dritte Bemerkung, ist von der ökonomischen Kooperation bis zu Fragen der Visaliberalisierung zu jeder Art der engen und konstruktiven Kooperation mit der Ukraine und dem Parlament des Landes bereit. Die Europäische Parlament betrifft ihr die Möglichkeit zu arbeiten mit der Ukraine aus allen Fragen, von der liberalisierung von der soziale Beziehung, von der soziale Beziehung und der soziale Beziehung. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident Schulz. Meine Damen und Herren. Herr Präsident Schulz, Kommunikationskollegen und Journalistinnen. Frau Präsident Schulz. Es ist natürlich sehr spannend. Ich bin heute zur Erkennung von Herrn Präsidenten. als Ereignis in der Geschichte unserer Beziehungen. Es ist gar nicht so lange hier, dass wir uns verständigt haben und eine Vereinbarung abgeschlossen haben, dass eine gemeinsame Mission ins Leben gerufen wird, um die Bedürfnisse des ukrainischen Parlaments zu ermitteln im Sinne von weiterer Verwirklichung der Reformen. Und bereits heute haben wir einen Abschlussbericht, beziehungsweise einen Bericht über unsere Zusammenarbeit. Es wurde eine gewaltige Arbeit geleistet, um unser Memorandum umzusetzen. Herr Präsident Pat Cox hat diese Mission angeleitet und wir haben letztendlich einen ganz genauen Aktionsplan erarbeitet, den es gilt jetzt umzusetzen. Das ukrainische Parlament muss reformiert werden. Das ukrainische Parlament muss zu einer richtigen europäischen demokratischen Institution werden. Und diese Mission wird dieser Aufgabe dienen. Und heute können wir bereits seitens des ukrainischen Parlaments Ihnen versichern, dass wir diesen Plan umsetzen werden und bereit sind, dies zu tun mit der Unterstützung des europäischen Parlaments. Ein reformiertes Parlament wird bedeuten, dass die Qualität unserer Gesetze steigt, dass wir unsere Arbeit viel transparenter und öffentlichkeitsgebundener durchführen werden. Und das kann ich Ihnen versichern. Unser Parlament ist bereit, diesen Weg zu gehen. Es wird jetzt überall über die politische Krise in der Ukraine gesprochen. Ich möchte zu Ihnen appellieren, die Schärfe dieser Krise nicht zu überschätzen. Die Anzeichen der Krise, die Ihre Auswirkungen, sollten nicht überbewertet werden. Ich versichere Ihnen, die ukrainische Politik, das ukrainische Parlament ist bereits daran interessiert und arbeitet daran, eine neue Koalition zu bilden. Und die politischen Kräfte sind voll entschlossen, die Reformen weiter umzusetzen, beziehungsweise die Integration mit Europa zu vertiefen. Ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass die ukrainische Gesellschaft, und die ukrainische Politik diese Reformen weiter vorantreiben wird, dass sie noch effizienter umsetzen wird, die Geschwindigkeit beschleunigen wird, beziehungsweise weitere notwendige Schritte zur Einhaltung und Umsetzung des Assoziationsabkommens unternehmen wird. Vielen Dank. Ich bin Vitali Jeremitsa. Ich bin Radio Free Europe, Radio Liberty. Ich möchte die Frage in Frankreich, aber ich hoffe, dass die ukrainische Sprache wird eine europäische Sprache, als auch eine Woche, die offizielle Sprache der Europäische Union. Aber die Frage ist, dass es eine Meinung ist, dass in Europa eine Art von der Ukraine-Kranken-Kranken ist. Und ich denke, dass eine von diesen Tendenzen ist die Absenzenten von einem deeperen Verständnis, was eigentlich passiert in der Ukraine, insbesondere in der westen der Ukraine. Wie würde ich auf das? Ich hoffe, dass die ukrainische Sprache werden, dass die Europäische Sprache werden, aber ich habe noch ein paar Fragen, aber noch ein paar Fragen zu stellen. Es gibt eine bestimmte Angst von der Ukraine, und ich denke, dass sie nicht alle Menschen verstehen, was passiert in der Ukraine, insbesondere in der westen Ukraine. Wie würde ich Ihnen sagen, dass die Angst von der Ukraine aus der Ukraine-Kranken-Kranken-Kranken? Die Ukraine-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken, und die Ukraine-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken? Ich denke, dass eine bessere Beziehung zwischen der Europäischen Union und Russland-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken-Kranken, und das, dass eine vollen Wünsgelt-Kranken-Kranken-Kranken ist. Das ist eine vollen Vorbeziehung durch die Ukraine-Kranken-Kranken-Kranken. Ich habe auch sehr viele Kollegen, Herr Präsidenten von der Ukraine! Ja ich möchte, Herr Präsidenten für diese Unterstützung und diese Zusammenarbeit unterstützen, die Ukraine-Kranken-Kranken-Kranken beintauchen. And all the parliamentary members of the European Parliament who support Ukraine. Fatigue is weakness. In order to overcome and confront the challenges that come from Russian Federation today, we have to keep strength and be strong. And I am sure that the democratic world is supporting that. And there will be territorial integrity renewed of Ukraine and there will be peace on the continent. The second position. There is, of course, a very complicated process of changes and reform taking place inside Ukraine. And that challenge is our internal challenge. It has to be overcome and we have to demonstrate qualitative politics. We have to be professional and we have to be stubborn. And I am very confident that Ukraine will do its best in performing its homework. You have to keep being strong in order to respond to challenges. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.